Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge und wir haben wieder eine spannende Gästin bei uns zu Gast. Aber zuerst zu uns, hallo von mir, ich bin die Christiane und mir gegenüber sitzt die Brenda. Hi. Morgen. Du bist so stolz auf mich, dass ich diesmal nicht vergessen habe, uns selbst zu verzeichnen. Wohl, wohl. Hättest du nicht damit gerechnet. Bei meinem letzten UK-Podcast, den ich geschnitten habe, hast du schon wieder entweder dich nicht vorgestellt oder so, also war es schon wieder schwierig. Ja, weil wir auch nicht im Mittelpunkt stehen, sondern heute zum Beispiel unsere Gästin, die Anna. Hi. Hallo. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Wir sitzen bei Kaffee und Croissant und Apfeltaschen und Orangensaft, also es ist sehr gemütlich hier. Aber zu dir, Anna, du bist 37 und vom Beruf bist du, und das finde ich super spannend, die Leiterin des Debatten- und Meinungsressorts bei der Presse und im Team der Leitung für die Presse Sonntagszeitung. Genau. Bisschen zu deinem Lebenslauf, du bist studierte Juristin, seit 2006 bei der Presse und warst unter anderem für die Ressource Menschen, Medien und Leben verantwortlich, seit 2013 Chefin vom Dienst, wie man so schön sagt, bei der Presse am Sonntag. Du schreibst immer noch, glaube ich, für ein Tiroler Magazin, die Kolumne Großstadtgeflüster. Ganz neu sogar. Ganz neu. Gar nicht zu lang. Bist du Dozentin an der FH für Journalismus an Wifi in Wien und du machst oder leitest den Podcast von der Presse 1848. Und so sind wir nämlich überhaupt ins Gespräch gekommen. Ja. Über Instagram. Genau. Haben wir uns... Wir Podcaster müssen zusammenhalten. Voll. Und das wäre blöd. Ja, voll. Und das war irgendwie sehr witzig, weil du uns irgendwie angeschrieben hast. und ich habe dann gesagt, kommst du mal zu uns zum Gas. Das hast du dann angeschrieben, weil ich einfach ganz frech Werbung wollte. Ich wollte, dass ihr uns irgendwo erwähnt. Weil wir sind ja die Rookies am Podcastmarkt in Österreich. Bei der Presse. Und dann haben wir gleich, witzigerweise, du hast uns geschrieben, wir haben uns dann beide gleich angefangen zu hören. Sehr gut. Und dann waren wir schon dabei. Also zumindest bei uns hat die Werbung funktioniert. Sehr gut. Wir haben sogar immer unseren Adventskalender gehabt. Ja, stimmt. Vielen Dank dafür. Gerne. Das war zu Recht auch. Ja. Guter Podcast. Und deswegen haben wir uns auch ein bisschen ein Thema überlegt für dich. Okay. Bist du schon nervös? Natürlich, total. Es ist nicht ganz so weit hergeholt. Und zwar gesprochener Journalismus. Wohin entwickeln sich Medien in Österreich? Okay. Da wir gedacht haben, es ist halt auch total spannend, nachdem ihr von der Presse erst kurz angefangen habt zu einem Podcast. Das heißt, es ist auch neu der Gedanke, wie man das macht. Und auch wie man mit Medien im Internet umgeht und Medien gesprochen umgeht. Und natürlich bist du halt auch Medienexpertin und Journalistin. Und das kann man halt nicht auslassen als Thema. Stimmt. Das ist auch ein wichtiges Thema. Ein gutes Thema und ein wichtiges Thema. Ja, vor allem in Zeiten von Verkaufen wir doch Zeitungen an russische Oligarchinnen. Ich glaube, ich sollte mir mal viel mehr über Medien sprechen. Auch über Medienkompetenz nämlich. Und ja. Also wir sind schon im Thema. Da treuern wir hin. Aber natürlich wollen wir auch mehr über dich erfahren und über dich lernen. Und so wie das alles gekommen ist. Wie man einen Podcast startet für eine Zeitung. Alles, wie gesagt. Aber zuerst haben wir die Questions to go. Genau. Und der Gesang beginnt. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Radio oder Fernsehen? Ich hätte wahrscheinlich bis vor einiger Zeit eher gesagt Fernsehen. Also vor allem in meiner Jugend und frühen Erwachsenenwelt. Aber es hat sich stark zu Radio und eben auch Podcasts hin entwickelt. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich habe immer beides sehr viel konsumiert. Immer schon. Ö1 und FM4 waren beides meine Begleiter, seitdem ich 15 war. Alles gut der FM4. Alles gut der FM4, genau. Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Einer, der mir gut gefallen hat, gerade auch im beruflichen Alltag, ist von einem Kollegen, der schon ein bisschen älter ist als ich, hat mir vor vielen Jahren gesagt, dass mal irgendwie eine Krise, eine große Krise in der Zeitung war, die mich betroffen hat oder auf einen Fehler von mir zurückgegangen ist. Der hat zu mir gesagt, Anna, überlege mal, morgen wird der Fisch eingewickelt in die Zeitung. In einer Woche juckt es noch vielleicht ein bisschen. Aber was du dir immer vorstellen solltest, ist, wenn sowas ist, frag dich, wird in einem Jahr noch irgendjemand über diesen Fehler, über dieses Thema reden oder nicht? Und meistens kann man das natürlich mit Nein beantworten. Und das hilft, finde ich, sehr oft, gerade in diesem eitlen Beruf Journalismus, wo nicht nur du selbst und wir Journalisten ja oft zu Eiglichkeiten eignen, sondern auch die Protagonisten, über die wir schreiben und wo es eben doch immer wieder auch zu Problemen kommt mit falschen Einschätzungen oder auch eben wirklich richtigen Fehlern und man dann durchaus gescholten wird heftig. Und da ist es sehr gut, sich zu erden und zu sagen, gut, also nächstes Jahr um die Zeit denkt kein Mensch mehr darüber nach. Als Kind wollte ich werden. Das ist durchaus eine lustige Geschichte. Eigentlich wollte ich lange Anwältin werden, weil ich aber auch damals immer schon geprägt war durch Fernsehen. Also das ist vielleicht stimmt die Frage, die Antwort, die ich vorher gesagt habe, ist doch eben eher Fernsehen. Ich wollte aufgrund von, da gebe ich zu, der Cosby-Show oder Mutter in der Cosby-Show und dann später Ellen McBeal und so war Anwalt high immer sehr wichtig. Aber ich habe ein paar Jahre, nachdem ich schon im Journalismus war, in einer alten Lade einen Zeitungsausschnitt gefunden vom Kurier, wo ich mit 16 interviewt wurde, weil wir mit der Schule an der Uni Wien waren. Ich habe in Wien, war ich in der Schule und habe dort offenbar einem Reporter dann auf die Frage, was ich später werden möchte. Das waren so Berufsorientierungs- oder Studienorientierungstage. Klar gesagt, Journalistin. Und ich habe mich selber gar nicht mehr daran erinnert. Ich war da mit Foto und dann mal einer 16 sagt, sie möchte Journalistin werden. Und ich glaube dann so mit 30 oder so habe ich das gefunden. Okay, gut, ja. Habe ich schon gewusst. Welche Qualitäten sind dir bei Leuten wichtig, mit denen du Zeit verbringst? Ich finde Menschen sehr, sehr toll, die positiv sind und die nicht so in dieses Jammern verfallen. Man kann natürlich über Probleme sprechen und all diese Dinge, aber ich finde es immer sehr, sehr super, wenn jemand neue Ideen hat, sich schnell für etwas begeistern kann. Und ich sage das jetzt auch bewusst, dass Menschen, die mich hören, werden sagen, ja, ja, genau, nimm dir mal du selber, nimm dich mal du selber an der Nase, weil ich den Bier schon eher auch immer wieder mal suche. Vor allem im Privaten, so eher zum Jammern. Aber umso mehr finde ich es bereichernd und super, wenn jemand anders ist. Und ich liebe es zum Beispiel, wenn ich mit meiner besten Freundin als letzte Woche sie nach längerer Zeit mal wieder gesehen habe an einem Samstagabend und irgendwie so ein klassischer kitschiger Mädelsabend, mitten wie Spa und Essen gehen und ich am Sonntag dann fünf bis sieben Dinge von ihr im Kopf schwirren habe, neue Ideen für Bücher, Podcasts, weiß ich nicht, Sachen, die sie halt einfach so aufnimmt und das finde ich sehr, sehr toll. Und ich finde es überhaupt super, weil man, also zweite wichtige Eigenschaft ist einfach so, dass man offen redet und nicht sich trifft und einfach nur über Oberflächlichkeiten austauscht. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Joghurt, Salami und Orangensaft. Nämlich hohes Zee. Inspiration hole ich mir durch. Eigentlich immer noch, das klingt jetzt fast ein bisschen wie bestellt oder wie wenn ich das als Werbung sagen würde, aber eigentlich wirklich noch zu einem sehr großen Teil von Zeitungen, deutschsprachigen vor allem. Also ich bin ein großer Fan von Süddeutscher Zeitung, Zeit, FAZ und Welt. Also auch wenn ich weiß, dass die natürlich für unterschiedliche politische Richtungen stehen und man, also, aber gerade deswegen, also ich habe natürlich auch das Privileg, dass ich die lesen muss und kann. Da kommt viel heraus und auch von Podcasts wie eurem zum Beispiel oder von anderen und natürlich schon noch von den Social Media, also Facebook und Twitter, also da kommt schon viel Inspiration herein. Oder eben, wie ich gerade gesagt, von meiner Freundin. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Wenn man mir was, eine ganz kleine Kleinigkeit im Alltag gibt, schenkt, also es muss jetzt kein großes Geschenk sein, aber wo man weiß, dass ich das mag. Also, weiß ich nicht, ein Magazin, das ich mir selber nie kaufen würde, weil ich denke, es ist zu teuer. Oder so Kleinigkeiten, die sozusagen, oder irgendeine Süßigkeit, ein Gepäck, das ich gern habe oder so, das ist das eine. Und das andere ist eigentlich mit ehrlicher, offener Anteilnahme in irgendeiner Weise. Also, dass man entweder sagt, hey, du, das fand ich echt gut, oder auch man sagt, hey, oh ja, das fand ich echt nicht so super von dir. Aber so das Gefühl, dass du irgendwie connected bist mit dem Gegenüber. Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise. Was ist dein liebster Geruch? Frisch gewaschene Wäsche und so eine, so Blumenwiesen, ich müsste jetzt nicht welche Blume speziell, aber wenn so im Frühling, nicht unbedingt Blumenwiese, sondern im Frühling, so die ersten, so im April, wenn du so merkst, dass die Sonne langsam, das Gras und die Natur so ein bisschen aufweckt und es riecht alles so frisch und neu. Also, es ist eh ähnlich wie frische Wäsche, merke ich gern. Also, so, ja, sauber und gut und schön, das gebe ich zu, ganz gut. Bei Familienfreunden bist du berühmt für? Für zu viel Quatschen und vielleicht auch zu viel unnötige Sachen quatschen. Für den kleinen Putzfimmel, den manche vielleicht auch größer nennen würden. Und für sich einsetzen und den Freunden und Familien, glaube ich, auch einiges geben. Das ist die blödeste App auf deinem Handy. Ich habe, glaube ich, keine blöden Apps. Irgendwie haben alle einen Grund oder ein, ich meine, vielleicht was ein bisschen seltsam oder nicht seltsam, sondern blöd ist, ist eigentlich, ich habe ein Schrittzähler-App vor kurzem mir drauf installiert und ich habe das Gefühl, das ist ein völliger Blödsinn, weil natürlich jedes Mal, wenn ich mich bewege, die auch, also wenn ich das Handy auch nur so nehme oder es irgendwo, also ich habe das Gefühl, der Schrittzähler zählt auch Schritte, wenn ich im Auto oder in der U-Bahn sitze. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Danke sagen möchte ich. Das ist immer so, da nimmt man immer so zum Kitsch und bevor ich das mache und irgendwelchen Menschen in meinem Umfeld oder was auch immer, Beruf oder so, Danke, sage ich, danke an euch, dass ihr mich eingeladen habt. Questions to go gemeistert. Sehr coole Antworten und sehr zackig. Also, ja, da sieht man die Profis im Podcast. Aber wir kommen jetzt zu unseren großen Fragen und zwar steigen wir gleich ein mit unserer allgemeinen mit Milch- und Zuckerfrage und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Ich habe zwei Arten von Kaffees. Lieber ein sehr guter, starker Espresso ohne irgendwas oder so eine Melange von so einem Hipster-Coffee-Place oder sowas wie Josef-Brot oder was ich sehr, sehr gern habe, ist die Kaffeeküche im Schottentorf. Leider komme ich dort nicht mehr so oft hin, weil ich nicht mehr in der Gegend wohne. Da bin ich jahrelang jeden Morgen vorbeigegeben und habe mir eine Melange genommen. Dann eine Diskussion mit einer lieben Freundin gehabt, weil ich irgendwann gesagt habe, es ist so teuer, jeden Tag drei Euro irgendwas auszugeben und eigentlich auch so ungesund und überhaupt und so. Und sie hat mir dann irgendwie, apropos, weil ich mich gefragt habe, womit ich eine Freude habe, wird mir dann irgendwann mal geschenkt, einfach einen Gutschein für 20 Euro, um 20 Euro für Kaffee dort, damit du nicht mehr darüber nachdenkst. Wie ist das bei euch im Unternehmen mit Bürokaffee? Weil ich glaube, Bürokaffee, das ist immer so ein Thema. Ist der gut bei euch? Ja, weil wir, ich bin immer noch, ich war ja lange jetzt seit vielen Jahren im Füadon für Medien zuständig und bin sozusagen zwar mit der Debatte irgendwie in ein anderes Ressort gewechselt, aber örtlich geblieben, wo ich lange war, eben im Füadon. Ich fühle mich dort auch sehr, sehr wohl und will dort auch nicht weg. Und wir haben uns irgendwann gedacht, es gibt natürlich diese typischen Kaffeeautomaten, wobei das, glaube ich, also der weiß gar nicht, was wir da haben. Den schaue ich nie an. Und dann gibt es eine allgemeine Nespresso-Maschine, wo du dir diese Nespresso-Kapseln, diese flachen irgendwie selbst kaufst und selbst, also das wird nicht von unserem Unternehmen finanziert. Aber wir haben uns dann gedacht, nein, das ist uns auch, wir wollen auch nicht diesen Müll irgendwie dauernd produzieren. Und haben uns zusammengelegt eine Kaffee-Maschine mit Bohnen gekauft, also so eine kleine. Und da ist jetzt der Kaffee, bin ich noch nicht bei der Kaffeeküche, muss ich sagen, aber er ist schon wirklich sehr in Ordnung und ist auch irgendwie nett, weil es riecht dann also auch im Ressort immer so ein bisschen nach diesen Bohnen, die da frisch gemahlen werden. Aber das ist ein Picky-Bear-Kaffee oder tut es im Zweifel auch ein Filterkaffee von irgendwo? Ja, vor allem zu Hause zum Beispiel habe ich nur die Bioletti am Herd oder eben einen Filterkaffee und das ist auch sehr in Ordnung. Aber das ist dann, lustigerweise ist das dann eher so wie ein Everyday-Getränk. Also ich wirklich in der Früh fast jeden Morgen trinke ich, also wir haben so eine riesengroße Bioletti, die eigentlich vier Tassen mindestens rausbringt. Und das trinke ich dann eigentlich täglich. Aber so der gute, also so das, was du mich gefragt hast mit dem guten Kaffee, den gönne ich mir heute auch nicht mehr jeden Tag, ehrlich gesagt. Aber der ist schon sehr speziell, so einer, und da möchte ich auch nicht so viele, aber so einer mit so Milchschaum. Der geht ja eigentlich schon fast ein bisschen in die Kakao-Richtung. Und wie ich ja aus deinem Liebsten weiß, warst du ja auch in dem Land meiner Familie, nämlich in England. Und die haben ja nicht so eine Kaffeetradition. Das stimmt. Aber auch dort, ja, ich habe ja ein paar Monate in Oxford studiert, studiert, so eine Ausbildung gemacht. Und da gibt es auch in Oxford mittlerweile, das war 2013, also das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber gibt es natürlich auch so Coffee-Places. Das war zum Beispiel ein sehr, sehr bekanntes und beliebtes von einem australischen Pärchen. Das war so ein Bike, sehr hipsterisch. Bei das Bike-Store, also auch ein Fahrradreparatur, Fahrradkauf mit dem Stock drüber, war dann so ein Kaffee und da war natürlich, der Kaffee war Kaffeeküchen, kann ich nur sagen. Und wie schießt du so ein Starbucks-Kaffee und so? Nicht so gut. Pumpkin-Spice, irgendwas? Nein, gar nicht. Das war ja alles nicht. Alles nicht. Also lustigerweise, ich habe auch eine Zeit lang in Amerika gelebt, das ist immer so ein großes Wort, ein bisschen dort Zeit verbracht und auch ein bisschen gearbeitet und so. Viel dort herumgereist. Und in Amerika ist es wieder so, dass das Starbucks ja, finde ich, oft der bessere Kaffee ist im Vergleich zu irgendwelchen anderen. Aber ich brauche dieses ganze Pumpkin-Spice-Latte-Schatzschitzschuss hier nicht. Ich bin auch kein großer, ja, brauche ich nicht. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen deine Biografie angerissen. Du bist jetzt bei der Presse. Wie war dein Weg von, ich studiere Jus, zu, ich bin im Journalismus tätig? Also der ist eigentlich relativ kurz gewesen. Ich habe relativ schnell studiert und danach ein bisschen im juristischen Bereich gearbeitet. Zuerst so ein Verwaltungspraktikum in der Volksanwaltschaft gemacht und dann Gerichtsjahr. Und in beiden, sage ich ehrlich, habe ich mich sehr gelangweilt und habe mir eigentlich gedacht, was habe ich da studiert und was mache ich da. Und vor allem im Gerichtsjahr, da war ich, es war zwar schon spannend, zum Beispiel im Straflandesgericht zu sein und die ganzen Verhandlungen mitzuhören und dann auch Protokoll zu führen, was damals noch üblich war. Ich weiß nicht, ob das heute ist, dass es die Rechtspraktikanten machen müssen. Aber was ich schon eigentlich ziemlich viel gemacht habe, war während der Arbeitszeit Zeitung lesen. Und dann, als ich nach Hause gekommen bin, das sind ja beides eher so Jobs, wo man schon so um halb vier, drei, halb vier rauskommt, weil man sehr früh beginnt, habe ich den Rest des Tages mit Zeitungen und Magazin lesen verbracht. Und ich habe dann eigentlich nur sehr spontan auf ein Inserater Presse reagiert, die eine Lehrredaktion machen. Ich habe mir gedacht, die werden auf mich warten. Ich habe noch nie eine Zeile nicht-juristischen Inhalts veröffentlicht gehabt. Ja, so ging das. Ich habe mich eingeladen. Ich hatte eine Vorstellung, also mit mehreren Menschen einen Bewerbungstag und bin genommen worden. Und habe aber, weiß ich noch, damals mir gedacht, ich habe dann das Gerichtsteil dafür unterbrochen, dass wir ein Ausflug werden. Und ja, ich schaue mir das jetzt an und das ist cool, aber ich kehre sicher. Da war ich schon sehr auf der juristischen Ebene und ich kehre zurück. Und ich sage immer, das war im Jänner 2006 und ich bin da reinmarschiert und es war um mich geschehen, weil ich war wirklich sehr... Ich habe das tatsächlich, was ein bisschen komisch klingt, ein bisschen mit Verliebtsein in einen Menschen verglichen, diese Berufswelt. Also ich, auch wenn ich jetzt 14 Jahre später schon viele auch Downsides der Branche kennengelernt habe und natürlich auch manchmal denke, der Beruf ist schon auch irgendwie seltsam, weird, dreht sich um sich selbst, kann nicht immer den Qualitätsstandards gerecht werden, die wir uns selbst gerne auferlegen würden und so weiter. Und das wird natürlich auch ein bisschen eintönig und langweilig nach ein paar Jahren, aber trotzdem bleibt die Erinnerung an dieses Gefühl von damals und ich kann auch bis heute eigentlich immer noch sagen, ich liebe es, für diese Art von... in dieser Branche zu arbeiten. Und bin also im Jänner 2006 da reingegangen und immer noch da. Tut es dann ein bisschen weh, wenn man von Printmedien sagt, man bekommt man aufgehört, ja, sterben eh. Also was machst du dann noch? Das ist ein aussterbender Beruf. Ja, ich muss ehrlich sagen, das habe ich von Anfang an, als ich begonnen habe, in der Branche zu arbeiten, nie ganz ernst genommen. Also ich habe mir nie wirklich gedacht, wenn ich sowas gehört habe, oh je, stimmt, könnte sein. Vielleicht sogar am Anfang noch eher, weil da das Internet noch weniger greifbar war und die Möglichkeiten damit. Aber ich denke mir mittlerweile, ich kann mir vorstellen, dass es die Presse oder den Kurier oder die Krone in der Form, wie sie heute erscheint, nicht mehr geben wird irgendwann. Ich glaube aber auch nicht, dass ich dann noch Berufstätig sein werde. Oder zumindest, also bei der Krone wird es noch lange dauern. Bei der Presse und beim Standard oder so glaube ich schon, dass ich das noch erleben werde, dass wir da vielleicht andere Erscheinungsformen haben. Aber was ich heute weiß oder sicher bin, ist, es wird die Marken noch in irgendeiner Art und Weise geben und wir werden vielleicht einen anderen Journalismus machen, als wir ihn eben vor jetzt machen oder vor zehn Jahren, vor 20 Jahren machen. Aber die Unsicherheit, die es da lang gab, die habe ich mir selbst irgendwie auch ein bisschen genommen und ich glaube auch viele in der Branche, weil wir alle wissen, Information ist nicht weniger geworden und Einordnungsbedarf gibt es immer noch und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich da relativ, wie soll ich sagen, immun gegen so Gerede von den eingestellten Medien. Das halte ich für einen völligen Holler. Glaubst du nicht, dass auch diese ganze Ibiza-Geschichte eigentlich der Presse, also jetzt der Medienentwicklung und der Printmedienentwicklung eigentlich geholfen hat, dass man in einer gewissen Form wieder darüber diskutiert hat, was sind nicht Zeitungen? Das glaube ich, sagen Leute gern, weil sie sich irgendwie schönreden wollen, glaube ich nicht. Ich glaube, das war ein Erdbeben für die politmediale Landschaft, die allerdings natürlich auch eine wichtige Zutat, nämlich Skurrilität dabei hatte. Da wollten einfach rund um diese Tage im Mai alle alles wissen, das hat uns allen natürlich viel Zugriffe beschert. Aber die Diskussion über Medien, also ganz ehrlich, gerade weil es auch so absurd war, das, was der Herr Strache da mit der russischen Oligarchin oder vermeintlichen Oligarchin besprochen hat, hat man, glaube ich, nicht wirklich ernst genommen. Was natürlich stimmt ist, es gibt natürlich, das ist ja das witzige, reale Einflussversuche durch sehr prominente, wohlhabende Männer wie den Herrn René Benko bei der Corona-Zeitung. Also ich glaube, aber ich glaube nicht, dass Ibiza daran was geändert hat, das hat es vielleicht nur noch ein bisschen verstärkt, dass man ein bisschen mehr dorthin schaut, aber das wird man auch genauso wieder vergessen. Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sich vielleicht auch in einer gewissen Blase oder einer weiteren Blase schon einfach die Leute irgendwie angefangen haben, okay, auf welchen Journalismus können wir uns jetzt verlassen? Und dass man dann schon wieder zurückgegangen ist, okay, manche Boulevard-Medien werden uns nicht diese Informationen bringen, die wir brauchen. Das kann schon sein, weil ich fand viel interessanter an der ganzen Geschichte, dass es sich eben um die Kronenzeitung gehandelt hat und dass die sich selbst so gerne als Elfenbeinturm und hermetisch abgeriegeltes, wir sind, wir machen, was wir wollen Medium darstellen, plötzlich da sich so einem vermeintlichen Zugriffsversuch ausgesetzt gesehen hat und ja das dann auch selbst instrumentalisiert hat. Also da hat ja dann der Herr Dich und andere haben ja dann irgendwie sehr stark gegen die FPÖ und den Strache geschossen und irgendwie so sehr gesagt, das ist ja Wahnsinn und wir können, das können wir sozusagen nicht gelten lassen. Das fand ich eigentlich am interessantesten, dass das da bei diesem Fall herausgekommen ist. Ja, aber wir haben uns irgendwie total vorgegriffen. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin bekannt für plaudern und quatschen. Das ist super. Stoppen zwischendurch. Nein, also nein, sicher nicht. Das ist unglaublich die Frage. Also du hast dann in der Presse angefangen und wie ist dann der Weg, ob wir es jetzt ein bisschen in die Richtung bringen, wie ist denn der Weg gegangen von, ich arbeite in der Presse zu, ich mache also einen Podcast für die Presse. Das ist ein ziemlich langer Weg. Naja, also ich habe in der Presse ja eben, wie du auch vorher schon erwähnt hast, einige Stationen durchlaufen und weil ich relativ jung beim Start war, habe ich mir aber auch irgendwie immer wieder so ein bisschen kurze Auszeiten gegönnt. Also ich war eben ab einem gewissen Jahr, ich glaube ab 2009, da war ich dann drei Jahre bei der Presse. Alle zwei Jahre eigentlich immer so kurz, mit kurz meine ich jetzt so zwei, drei, vier Monate, also eben Oxford zum Beispiel vier Monate, New York dann zwei Jahre später, drei und so, weil ich ein bisschen auch raus wollte noch zwischendurch. Und ich glaube, das kann man tatsächlich auch bei mir ein bisschen in meiner Biografie mittlerweile, lässt sich das nicht mehr verleugnen, weil sie schon ein bisschen länger ist, die Berufsbiografie. Ich bin jetzt zwar konstant beim Medium, Presse, weil ich es auch einfach, die Zeitung immer noch sehr mag und auch sehr zu ihr stehe und sie auch wirklich gerne promote und vermarkte und auch gerne in der Welt sage, lest uns. Aber ich bin in meinem inhaltlichen Ding schon jemand, der alle paar Jahre was Neues sucht. Und also deswegen war eben zuerst so ganz zum Start im Chronik-Resort, wo ja viele Journalisten starten, Menschen, war so eine Seite, die es nicht gab. Und die hat also vor allem bedeutet, Interviews und Porträts und dann halt auch ein bisschen so gesellschaftliche Anlässe, die in Wien richtig sind, von Opernball bis nicht Liveball zu begleiten. Und irgendwie auch in der Presse, wo das vorher eher wenig vorkam, mit einem gewissen Niveau und einer gewissen auch vielleicht ironischen Note, was mir mehr oder weniger gelungen ist, aber doch rüberzubringen. Und das war mir dann aber nach vier Jahren irgendwie auch ein bisschen zu wenig. Und ich bin jetzt für Dodo gewechselt zu Medien, was eigentlich mein Kerngebiet war, wo ich eben, wie gesagt, auch das, was ich vorher erzählt habe, mit Fernsehen und Radio, das hat schon sehr gut, das passt einfach sehr zu mir. Also ich bin immer schon ein Junkie in all diesen Dingen gewesen. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die das von sich behaupten. Aber bei mir stimmt es, glaube ich, wirklich. Ich bin ein ganz, ganz groß. Also auch teilweise nicht ganz gesund. Also ich habe oft Magazine gekauft, wenn irre, und sie dann natürlich auch nicht alle lesen können. Also wenn ich bei Brand 1 denke, die könnten mir schon einen kleinen Orden verleihen, was ich ihnen für Zeitungen, also für Magazine, für Ausgaben abgekauft habe, die ja nicht unbedingt ganz, ganz günstig sind und ungelesen wieder weggeschmissen habe. Aber das heißt, Medien war ja auch nicht nur das, dass es jetzt Rezension oder Begleitung von Inhalten ist, sondern vor allem auch bei Medienpolitik, vor allem was den ORF betrifft. Und das habe ich gemacht, mache ich immer noch heute, wenn ich Zeit dafür habe. Aber letztes Jahr einfach die Frage vom Chefredakteur, ob ich mir vorstellen könnte, die Debattenseite zu übernehmen, also die Presse hat jeden Tag von Montag bis Samstag zwei Seiten mit Gastkommentaren in der Zeitung. Da gibt es also auch fixe Kolumnisten auf dieser Seite, es gibt die Leserbriefe, es gibt so ein kleines Ding namens Pizzicato, das ist so eine kleine Glosse, die ist die einzige Sache auf dieser Seite, die aus der Redaktion gemacht wird. Und dann gibt es eben wechselnde zwei bis drei Gastkommentare unterschiedlicher Länge. Ich habe zuerst lange gezögert, weil ich mir gedacht habe, irgendwie ist mein eigenes Schreiben mir schon noch wichtig und ehrlicherweise, ich gebe auch zu, ich bin schon noch ein bisschen eitel, zwar vielleicht nicht so wie manche andere Vertreter in der Branche, aber doch. Und ich habe mir dann schon gedacht, puh, die Sichtbarkeit und so ist vielleicht schwierig, aber umgekehrt hat es mich sehr gereizt, einfach erst einmal so ein Spielfeld von zwei ganzen Seiten für mich alleine zur Gestaltung zu haben und aber auch dort ein bisschen, das ist schon auch ein Ressort oder ein Bereich, in dem sich vor allem alte weiße Männer über 50, 60, stark tummeln, da auch einfach ein bisschen mehr neue Akzente zu setzen, also inhaltlich diverser zu werden, vielleicht nicht immer nur über die Tagespolitik und die Wirtschaft und so weiter schreiben zu lassen, sondern auch über, weiß ich nicht, kulturelle Themen oder Themen, die halt dort einfach weniger vorkamen bis dato, aber auch was die Schreiber anbelangt, diverser und damit meine ich jetzt gar nicht immer nur das alte Thema mit Frauen und Männern, sondern auch jünger vor allem, also das finde ich schon noch davor zur Frage der Medien und der Zukunft der Medien, weil natürlich ein Punkt auch ist, warum man uns teilweise in jüngeren Generationen vielleicht nicht mehr so ernst nimmt, nicht mehr so wichtig nimmt, weil sich junge Menschen dort nicht so wirklich wiederfinden und das meine ich, bei jung meine ich jetzt eh unter 40, das ist ja eh eigentlich jetzt schon nicht mehr lang, nicht mehr jung. Naja, und das habe ich gemacht und im Zuge dieser Sache habe ich aber auch gleich gesagt, ich möchte gerne einen Podcast wie die Presse machen, jetzt mache ich es kurz, zuerst mal die Story so lang, jetzt kürze ich sie sehr ab und dann habe ich mich drangesetzt und geschaut, was wir machen können und das mal versucht zu entwickeln. Wahnsinn, ich habe sie niedergeredet. Ich finde es total super, anderen Leuten eine Stimme zu geben und zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Seite, wo andere Leute etwas reden, weil es ist total, dass sie sich selbst zurücknehmen, glaube ich, das ist wahnsinnig schwierig. Aber wie gehst du das an, wie sagst du, okay, wie mache ich das ausgeglichen, wie mache ich das spannend? Ja, das ist gar nicht so leicht, also ich gebe zu, dass es natürlich auch, es ist ein Ressort, das es schon lange gibt in der Presse, das natürlich auch fixe Autoren hat, die immer wieder kommen, auch Autoren, die mit der Presse oder auch Lebenswelt oder der politischen Haltung, mit der ja doch bekannt ist, zumindest in einem bestimmten Rahmen, sich irgendwie gut identifizieren können und das heißt also, ich sage einmal, die Hälfte der Texte, die dort erscheinen, sind Texte von Autoren, die sich an mich wenden, weil sie auch schon lange bei uns schreiben oder weil sie halt ein Bedürfnis haben, sich zu melden. Und die andere Hälfte ist meine Aufgabe, neu aufzustellen. Und ich habe also dann gleich einmal, also letztes Jahr rund um den Frauentag zum Beispiel, mal eine ganze Woche nur Frauen schreiben lassen und das absichtlich nicht kommuniziert. Also ich habe nicht groß davor hingeschrieben oder ein Maschal dem Aufsitzenden gesagt, hey, diese Woche schreiben nur Frauen auf der Debattenseite. Und am Ende habe ich dann nur einen Tweet geschickt, das war dann sogar ein bisschen mehr als eine Woche, weil ich das halt immer witzig finde, weil man uns auch in der Presse immer wieder auch gewissen, wie soll ich sagen, zu viel, wir sind zu nett zum Kurzmal, dann sind wir für manche zu nett zu den Grünen, aber es ist schon bei uns immer wieder der tendenzielle Vorwurf, wir sind so eine konservative, altbackene Zeitung, in der nur eben auch wieder alterweise Männer was zu sagen haben. Und das stimmt einfach so nicht. Und natürlich werden wir manchmal zurecht, manchmal nicht zurecht gescholten, wenn wir Texte drinnen haben, die noch wirklich ein bisschen retro sind, was bestimmte Einstellungen anbelangt. Aber ich finde umgekehrt ist es immer so schade, dass man dann nie Applaus dafür bekommt, wenn man zeigt, dass man es auch anders kann. Und insofern, ich meine, ich war schon froh, dass es sozusagen nicht jetzt groß aufgefallen ist und ich habe jetzt nicht erwartet, dass jetzt alle sich in der Schule sagen, boah, die Presse macht das so eine Woche lang. Nur Frauen, nein, aber ich finde, man kann es dann schon noch irgendwie einfach erwähnen und sagen, aha, okay, die machen das jetzt halt so. Immer auch zu positiven, weil genauer Punkt ist, wenn es nach einer Woche niemanden auffällt, ist es gut. Ist es okay. Genau, weil das heißt, es ist auch nichts Besonderes. Und deswegen, aber es war halt, und das war für mich aber ein guter Start oder eine gute Sache, weil dadurch habe ich bis heute ein paar Kontakte geknüpft zu Frauen. Ich erwähne das auch gern, weil ich selbst manchmal, also lange nicht daran geglaubt habe, aber es ist so, Frauen tun sich schwerer, bei solchen Sachen zuzusagen mit Freien. Also ich habe die Woche gerade wieder versucht, ein paar Frauen bewusst angestochen zu verschiedensten Themen, die jetzt aber auch überhaupt nicht alle mit klassischen Frauenthemen, wie ich es so blöd sagen wir, also Kindererziehung oder Gleichberechtigung zu tun haben, sondern zum Beispiel, ganz ein anderes Beispiel, da gab es die Meldung die Woche, dass deutsches deutsch und österreichisches deutsch sich so angleicht und woran es liegt und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das ist ein spannendes Thema eigentlich. Suchen wir doch jemanden, suchen wir doch eine Frau, die sich dafür interessiert oder die sich dafür als Expertin eignet. Und es kommen immer entzückende Antworten, aber letztlich steht dann eins, weil ich habe momentan keine Zeit. Nein, ich bin mir nicht sicher, wie lange dauert. Bis wann brauchen sie es? Also ihr ist nicht lang jetzt herumgerede, wohingegen beim Mann, wenn du jemanden direkt hast, wirklich in neun von zehn Fällen so, also entweder er sagt sofort, klar, nein, ich habe keine Zeit, danke. Oder er sagt eben in acht von zehn Fällen, super, wann soll ich liefern? Oder super, sie haben es in drei Stunden. Und das ist halt echt, also, so ungefähr. Oder so noch besser so, na, ich habe schon gewartet, dass sie sich melden, ja, ist schon fertig auf der Taste. Also das ist, man kann darüber lachen und witzeln und ich, ich kann es sogar nachvollziehen, weil ich bin auch in manchen Bereichen, so dass ich mir denke, na, ich, weil vielleicht habe ich auch einfach in der Woche viel zu tun und muss andere Sachen machen und es ist vielleicht nicht das Wichtigste auf der Welt, dass mein Name irgendwo steht. Aber das ist interessant. Und jetzt habe ich wieder wahnsinnig ausgeholt, meine Spezialität, aber ich wollte eigentlich sagen, dass es sozusagen ein Mix ist aus diesen beiden Dingen. Und was ich versuche, was stark in diesem Ressort passiert, ist, dass politische, also Vertreter von politischen Parteien oder Lobby-Menschen oder, weiß auch immer, NGOs und so weiter, da auch ihre Plattformen suchen. Und das habe ich sehr stark zurückgefahren. Also es war schon, es war bei uns nie wahnsinnig ausgeprägt, aber ich möchte eigentlich nicht, also man muss auch wirklich immer vorher schauen, wenn da jemand was anbietet, wo kommt, aus welcher Ecke kommt die Person, warum schreibt sie das und so. Also mir ist lieber, natürlich ist es, könnte man jetzt sagen, man lässt die ganze Zeit irgendwie Vertreter von Parteien sich gegenseitig bashen und wahrscheinlich würde das sogar gelesen werden und so. Aber das ist dort nicht der Platz dafür. Also gibt es wirklich so auch diese Lesebriefschreiber? Ja, ja, die gibt es bei uns. Und ich glaube, das ist unsere, also wenn der, wie soll ich sagen, ein bisschen als Witz gemeint, aber wenn der Standard bekannt ist für seine Poster, dann sind wir es als Presse noch für unsere Lesebriefschreiber, die tatsächlich einfach noch, jetzt nicht auf Büttenpapier uns das per Brief schreiben, aber per E-Mail schicken. Wir sind auch, glaube ich, die Zeitung, die haben am meisten vom Platz her täglich. Also wir haben da wirklich so zwei Spalten und jeden Tag werden da so zehn Leserbriefe ungefähr veröffentlicht. Allerdings muss man auch sagen, es sind einige davon, die wirklich stammlesen, also die schicken wir uns fast täglich. Das sortiert zwei Mitarbeiterinnen aus der Chefredaktion aus und machen das sehr, sehr gut. Also das ist nicht mein eigentlicher Aufgabenbereich. Und da gibt es ein paar, die immer wieder schreiben und auch dort ist die Dominanz von Männern stärker, also es ist auch zu spüren. Aber es ist doch immer wieder auch interessant, dass sich zwischen den Lesern da auch Diskussionen und Debatten abspielen und dass man gegenseitig dann sozusagen hin und wieder auf einander repliziert. Und ich höre immer wieder, ich kann es selbst nicht ganz verstehen, aber ich höre sehr oft, dass es viele Menschen gibt, die die Presse, weil es sind nämlich die zwei letzten Seiten von hinten, dass das viele Menschen die Zeitung von hinten beginnen. Okay, das habe ich noch nie gehört. Ja, weil sie sozusagen immer wissen wollen, wer schreibt da. Also es ist natürlich wahrscheinlich auch eine bestimmte Gesangblase, die das halt besonders, die sich auch gewöhnlich angewöhnt hat. Die wollen also dann die fixen Kolonisten, die Anneliese Rohrer und den Christian Ortner, das sind so unsere allerwichtigsten, mittlerweile auch Karl Peter Schwarz. Wir haben jetzt eine ganz neue Kolonistin, die Anna Goldenberg. Die wollen einmal diese sechs Leute lesen, die jeden Tag einander. Die sind auch immer am fixen Tag. Das heißt, man weiß schon, am Samstag ist die Rohrer drinnen, am Freitag ist der Ordner drinnen und so. Und wollen dann eben auch Leserbriefe lesen, weil ich glaube ich, diese Art von, das ist ein bisschen auch juristisch natürlich, aha, wer regt sich über wen auf und warum? Aha, da hat die Presse einen Fehler gemacht. Ja, natürlich, habe ich ja auch gesehen und so. Also ich verstehe das schon, aber ich glaube natürlich, das ist auch ein bisschen eine Sache, die wird uns auch ein bisschen wegsterben. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was sich jüngere Leute nicht mehr so kennen. Obwohl es beim Guardian zum Beispiel das große Ding ist. Was? Diese Kommentare der anderen eigentlich. Achso, ja, ich meine jetzt eher so dieses Leserbrief schreiben. Und dann die Antworten darauf, das meine ich gemeint. Aha, okay, verstehe. Ja, vielleicht ist es eh so. Man müsste es vielleicht mehr noch ins Digitale holen, weil... Ich glaube, digital sind junge Leute schon eher dabei. Also wenn sie irgendwo was lesen und dann gleich mal drüber tweaken oder was weiß ich, Insta-Story, was loswerden. Mir fällt es auch oft, dass in meiner Insta-Bubble immer mehr von Medienhäusern, die Instagram haben und dann kurze Ausschnitte aus Artikeln, dass die dann in die Story geteilt werden. Und dann wird dort einfach die eigene Meinung dazu verfasst. Ja, ja, das stimmt. Ich finde es relativ spannend eigentlich. Ich wollte noch was, was du immer so fragst, was du nicht zu Frauen und Medien und so sagen. Weil das gleiche Team haben wir. Wenn wir Frauen fragen, so, dann magst du nicht zu uns im Podcast kommen und erzählen, was du da machst und so. Und dann so, naja, ich kann das ja nicht. Also ich habe ja nichts zu sagen. Oder es ist ja nichts Besonderes. Und Männer sagen das nicht. Man sagt so, klar, kommt gleich jede Woche auch, wenn es ist. Und das ist halt total schade, weil man nimmt sich selbst die Stimme. Ja, total. Ich meine, ich bin immer der Meinung, ich bin ja immer so in der Mitte zwischen, ich finde auch okay, wenn man so ist. Also ich finde es jetzt auch nicht, aber ich glaube halt nur, dass man sich bewusst sein muss, wenn man das so anlegt, dass man halt natürlich dann auch, das hat Konsequenzen. Man ist halt dann eben auch nicht so sichtbar und man kommt vielleicht bei gewissen Sachen nicht weiter. Ja, also gerade in diesem Bereich Gastkommentare, ich verstehe auch ein bisschen, dass man da, also ein Gastkommentarschreiben ist wahrscheinlich auch in gewisser Weise sogar anstrengender, als sich hier bei euch für eine Stunde so oder was zum Podcast zu setzen oder im ORF in eine Diskussionssendung zu kommen, wobei da kommt natürlich Nervosität, Maske. Also das verstehe ich schon, das ist auch für viele irgendwie ein Hemmschuh. Aber beim Gastkommentar musst du dich halt, wenn du das nicht so ein schriftlicher Mensch bist, auch hinsetzen, das formulieren, das machen. Und das ist natürlich auch eine Routinesache. Ja, also das können manche supergut, aber es gibt sicher auch Menschen, die das einfach in ihrem Leben nicht so oft tun und da kann ich dann auch besser nachvollziehen, wenn sie sagen, nein, also das will ich eigentlich nicht, brauche ich nicht. Oder es gibt auch dann Leute, ich weiß nicht, könnten wir nicht ein Interview machen, weil das natürlich leichter ist. Aber da sage ich immer, ja, da bin ich leider falsch. Wie verwirklich, dass ein Interview einfacher ist? Na, wenn ich da bin, der Interview, also wenn die Person, die sonst einen Gastkommentar schreiben würde, dann stattdessen interviewt wird, natürlich, weil die Person kommt wohin. und wird befragt und geht nach Hause. Ja, aber genau, das wäre ja meine Angst. Ach so, ja. Weil ich meine, ja, dann möchte ich den Rest dann nicht mehr führen. Aber ich rede ja jetzt von Menschen, die für irgendetwas stehen. Also es sind meistens Menschen, die, so wie ihr oder ich, die ja etwas machen, tun und etwas, eine Botschaft haben. Das heißt, für die kann es ja nicht so schwer sein, sich hinzusetzen und die Antworten und Fragen zu geben, die ja aus dem Bereich sind, die sie jeden Tag machen. Aber ich glaube, also ich glaube schon, also ich meine, vielleicht ist das eine Vorsicht, zu sagen, also da hätte ich vielleicht schon auch Sorge, kommt eine Frage, die ich nicht gut beantworten kann. Und da muss das nämlich auf den Ärmel schütteln können, weil mit einem Gastkommentar kann ich mich für mich zu Hause hinsetzen und sagen. Es gibt wahrscheinlich Typen, die mehr das eine können und das andere. Und dann hast du bei dem Podcast angefangen. Genau. Und wie kam das? Also wie macht man das? Ich meine, es ist ja ein Unterschied, wenn man einen Podcast wie unseren macht, wo es ja um Menschen geht und eine Unterhaltung und so und dann ein Journalismus tatsächlich, eine Zeitung, Journalismus, einen Podcast anfängt. Also ich kann nur sagen, eigentlich ist es so, dass die Presse, also dass ich die Idee hatte, weil die Presse noch keinen hatte und sich einfach bei uns da noch niemand so darum gekümmert hat. Und rund um die Wahl dann, also als dann sozusagen im Mai klar war, es kommt auch eine Wahl, wieder eine, wo ja natürlich sich der Bedarf an Medienformen aller Art noch ein bisschen steigt, wie wir ja wissen, habe ich mir gedacht, das wäre jetzt eigentlich eine gute Sache. Und dann relativ schnell mit dem Georg Frehrer, der früher mal für uns gearbeitet hat in der Presse und mittlerweile sich auf dieses Thema Podcast-Producing gehauen hat, geplaudert und irgendwie die Idee gehabt, dass wir das gemeinsam machen, weil ich schon wusste, ich brauche einen Partner, der mich mit diesen ganzen technischen Dingen unterstützt, weil das geht sich, glaube ich, also da wusste ich einfach, das geht sich von null auf hundert in meinem Alltag, beruflichen Alltag nicht aus. Das haben wir dem Chefredakteur Rainer Nowak vorgeschlagen und haben dann einmal die Idee gehabt, zum Start eine Pilotfolge sozusagen zu machen oder Pilotstaffel mit den kurzen Interviews, die der Rainer Nowak mit den Spitzenkandidaten vor der Wahl geführt hat. Also er hat den Sebastian Kurz und den Peter Pilz und die Beate Meindl-Reisinger 13 Fragen ihnen gestellt und das haben wir, das war ein Videoformat, das war auf der Website abzurufen und so weiter und da gab es auch ein paar immer wieder so Anregungen und Kritik, warum gibt es das eigentlich nicht, das Podcast. Das heißt, das war mal der Start und dann habe ich mir gedacht, ab dem Tag nach der Wahl geht es los mit einem normalen Podcast. Die Idee, warum heißen wir 1848 ist eigentlich leicht erklärt, weil erstens mal ist es unser Gründungsjahr 1848, es steht doch bis heute unter der Presse Headline, also gedruckt, frei seit 1848, das heißt, das war irgendwie so das eine und das andere war auch in dem Titel eine Idee darauf oder einen Hinweis darauf zu geben, dass unsere Folgen nicht länger als 18 Minuten und 48 Sekunden sein sollen. Warum? Weil wir uns halt auch gedacht haben, es gibt schon relativ viele Podcasts in allen möglichen Längen, wir sind spät dran und wir wollen ein bisschen zu unserer Leserschicht passen, die sehr politik- und wirtschaftsorientiert ist, etwas sehr Kurzes anbieten, wo sozusagen in unter 20 Minuten Information aufnehmbar ist und nicht jetzt, also ich glaube, zu uns passt vielleicht zumindest am Anfang so ein Stunden, eineinhalb Stunden langes Gespräch eher nicht. Das war mal die Idee und seither ist eigentlich der Podcast noch ein bisschen so ein Sammelsurium an allem, was das Presseuniversum ausmacht. Also wir hatten einerseits Debatten von Experten oder eben auch Kolumnisten von unserer Seite, wir hatten Interviews vom Chefredakteur mit speziellen, eher bekannteren Menschen wie Arik Brauer zum Beispiel oder dem Michael Landorf, dem Caritas-Präsidenten vor Weihnachten und wir hatten aber auch relativ viel so ein bisschen Inhalt oder Einblick in das Presse, in den Pressealltag. Also eine Folge mit der Anna Thalhammer, der investigativen Journalistin, der, wo vor einigen Wochen bekannt wurde, dass eine Behörde ihr auf ihr Handy zugreifen wollte oder Büchertipps von Menschen aus der Redaktion. Also es ist noch sehr Kraut und Rüben, gebe ich zu, aber ich finde das auch ganz charmant, dass man sozusagen mal beginnt und so schaut, was mögen auch unsere Hörerinnen und Hörer, die ja uns hoffentlich auch lesen und so ist das einmal entstanden. Aber ich glaube, es sind da ja auch irgendwie im Vergleich zu den anderen Medienhäusern, dass es immer durchaus selbstkritisch gibt Medien wie den Kurier, wie den Standard, die in dem Bereich schon ein bisschen vorgeprescht sind und schon mehr als ein Podcast-Format mittlerweile anbieten oder der Falter, mit der Falter hat das ein Falter-Radio. Aber wir wollen da jetzt halt einfach mal, wir sind froh, dass wir jetzt auch mal was haben und schauen, dass wir das weiterentwickeln können. Ich setze mir das ja auch vor, dass es ja, wenn es an eine Zeitung angehängt ist, ja auch schwierig ist, vor dem Tagesding zu trennen und sagen, okay, das ist jetzt für die Woche und oder ist es schon auch, dass man halt, man kann den Rhythmus, den man in einer Tageszeitung hat, auch in einem Podcast einfließen lassen? Ja, das finde ich gar nicht so schwierig, weil auch in der Zeitung gibt es ja verschiedene Arten von Geschichten und Formaten. Wir haben ja eben auch eine Sonntagszeitung seit mittlerweile zehn Jahren, heuer, wir feiern sogar elftes Jahr jetzt schon im März. Aber was ich eher schwierig finde, ist, dass man bei einem Podcast von einer Medienmarke wie der Presse und wahrscheinlich geht es den anderen auch so. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht so oft mit anderen geredet, aber ich finde es ein bisschen schwieriger, sich einen Tonfall zu, also den Tonfall, den richtigen Zugang zu finden, weil es gibt uns eben als Zeitung mit einem bestimmten Zuschnitt schon so lange und dann gibt es ja dieses neue Format Podcast und dann ist man so wie ihr oder ich jemand, der viel von diesen Dingen hört und sich da natürlich auch beeinflussen lässt, sich überlegt, okay, so will ich es gar nicht, so soll es unbedingt sein und eines der Dinge ist ja auf jeden Fall die Tonalität. Da tut sich, glaube ich, eine Zeitung wie die Presse ein bisschen schwerer, welchen Weg sie einschlagen soll. Also soll sie eher formaler, formeller bleiben oder doch eher so in dieses bisschen Wohnzimmer Atmosphäre gehen. Ich glaube, das, was ich so, was ich beneide an so Podcasts, Independent Podcasts wie eurem, ist, dass man einfach tun kann. Man muss natürlich sich was überlegen genauso, aber man hat freie Hand in dem Wie und Was und Wer und Wo. Und bei uns ist schon mehr so, dass du natürlich immer überlegen musst, das beginnt beim Logo, bei mir geht weiter über den Inhalt oder eben auch beim Logo, Name des Podcasts, Inhalt und so weiter. Man muss immer überlegen, passt zu uns, ist das authentisch, nimmt man uns das ab. Und bei einer Sache war das besonders stark zu sehen, da haben wir lange darüber diskutiert, oder nicht lang, aber es war eine Diskussion. Als ich die Probe abgegeben habe und irgendwie auch versucht habe, also ich muss ja dann natürlich auch ein bisschen mit den Chefs und den Chefredaktionen in der Chefredaktion schauen, ob das auch passt, habe ich das höfliche Sie genommen, also ein Ihr, die Hörerschaft formuliert. Und da kam so ein, ich weiß nicht, warum siezen wir denn unsere Hörerinnen und Hörer nicht? Das machen wir ja auch bei den Leserinnen und Lesern. Und da habe ich lange überlegt und habe gesagt, aber nein, ich komme mir auch ehrlicherweise blöd vor. Ich bin auch eine, bin dann doch, also nein, ich bin die Jüngste leider, aber ich bin, ich zähle mich noch irgendwie zu einer gewissen jüngeren Generation. Ich komme mir blöd vor, wenn ich da jetzt mit Sie anfange. Schön, dass Sie wieder da sind oder so. Und es ist halt eben schon okay auch, wir sind die Presse und wir werden nie irgendwie jetzt da nur so vor uns hin plappern. Aber wir können zumindest schon wagen, so ein bisschen lockerer zu sein. Auch wenn es nur, ich meine, das ist eh Wahnsinn, wenn man locker sagt zu dem, aber auch wenn es nur ist. Ja, aber das ist ja ein großes Thema. Ich meine, das unterschätzen halt Leute, die halt Podcasts konsumieren, unterschätzen das in der Planung total, diese Feinheiten, die aber dann die Feinheiten nicht die Summe ausmachen. Und ich beneide, also wirklich, das ist, und deswegen finde ich auch dieses Format so spannend. Es gibt wirklich viele spannende Leute, die Podcasts machen und die sich um nichts scheren müssen und die, natürlich musst du eine kreative Idee haben und musst das dann auch durchziehen können. Und super wäre auch, wenn du eine gute Stimme hast und wenn du dich irgendwie einfach authentisch bist, ja. Aber das finde ich einen großen Vorteil, wenn man da ein bisschen freier ist. Und ich bewundere, also bei Medien ist es schon ein bisschen schwieriger. Ich meine, es gibt natürlich viele Medien, die auch super Podcasts machen. Und sehr ausgefallene und die auch wirklich viel kosten in der Produktion. Aber ich finde es erstaunlich, wie sehr sich, also in Wahrheit, ich habe jetzt unnächst einmal in einer Diskussion, gerade erst wieder vor kurzem mit einer Twitter-Diskussion, über die Sinnhaftigkeit von Podcasts diskutiert. Und da kam, habe ich dann selber den Vergleich gemacht, das ist ein bisschen wie Netflix für Radio. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt natürlich nicht ganz, weil wir sind davon, dass Netflix nur ein Betreiber ist, der diese Serien anbietet. Aber die Bedingungen für diese Podcast-Produzenten sind ja oft ganz minimal und es entstehen trotzdem großartige Sachen. Also es muss eben nicht immer nur, oh, das Big, die große Show draus kommen. Fest und flaschig. Genau. Gibt es natürlich und das ist alles super und so, aber... Was ich bei eurem Podcast so spannend finde, ist, weil du hast davor auch gesagt, die Presse hat eher den Ruf, sag ich mal, unter Anfangs sagen, eher so ein bisschen traditionell konservativ zu sein, mag stimmen oder nicht. Und Podcast ist ja doch ein eher junges Medium, dass man da irgendwie quasi die Markepresse so ein bisschen verändern und mitgestalten kann. Genau. Das finde ich sehr spannend. Und ich meine, das ist aber eben genau auch da ist wieder die Frage, wo, wen kann ich da locken? Ich sehe zum Beispiel, dass wir, wenn wir dann den Podcast vertreiben, das vor allem auf sozialen Netzwerken machen, dass wir gerade bei Instagram und Facebook durch das, wenn man es dort postet, ganz einen starken Zugriff haben. Wohingegen, ich glaube, dass die Inserate in der Presse, also wir haben auch so Inserate, wo das einfach beworben wird, also Eigeninserate, wie man so schön sagt, das einfach gelesen wird, aber nicht. Also da ist dann wirklich sozusagen dieser Durchgriff fehlt. Und ich glaube auch, dass es eine gewisse Leserschicht gibt, die einfach von diesem Format noch keine Ahnung hat, die das auch nicht, und die ist auch nicht mehr, also man muss man auch respektieren, es gibt auch Menschen, die das auch nicht mehr, nee, nicht mehr klingt so traurig, aber die das einfach auch nicht brauchen und nicht nutzen werden. Das heißt, die werde ich nie abholen. Wobei, ich glaube, da macht der Name den Leuten Angst. Weil dieses, dann auf Spotify und iTunes oder wo immer du es hören willst, ja, und da sind dann Formate wie YouTube wieder besser, weil da können viele Leute schon mehr umgehen damit. Ja, aber ich rede jetzt wirklich von Menschen, die von all dem können, also die von YouTube genauso wenig Anhangung haben wie von Spotify. In der Früh höre eins einschalten und dann am Abend wieder ausschalten. Also meine Lieblingsdefinition, was ein Podcast ist und warum es wichtig ist, ist von einem unserer Lieblingspodcast, mit dem KT Feminist Podcast, von Debra Francis White sagt das immer, Podcast ist gerade, dass sich niemand gestoppt hat, zu machen. Ja, das ist schön, ja. Und das finde ich eine total schöne Sache. Ich meine, was ja bei so Podcasts wie bei uns und bei deinem komplett unterschiedlich ist, wir müssen ja keine Zeitung verkaufen damit. Ja, ja, genau. Weil es ist natürlich schon klar, dass wenn die Presse einen Podcast macht oder ein Medienhaus einen Podcast macht, dass es natürlich schon darum geht, auch auf die Marke und die Zeitung einzuzahlen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Kombination dann schon schwieriger wird. Ja, und vor allem, was ich glaube, also das mit dieser Definition, mit dem Podcast ist, is radio that no one stopped, oder wie war das dann? Ja, no one stopped. Ist sicher richtig, aber gerade beim klassischen Medien, glaube ich, ist sie auch ein bisschen fatal, weil das hat vielleicht auch einen Grund, warum noch gestoppt wurde, also warum es nie eine Radiosendung geworden ist. Was ich meine ist, es muss schon auch relevant sein. Also, ich finde, viele von den Podcasts, die es gibt, sind super zum Anhören und wenn man sozusagen so ein Junkie ist, wie offenbar wir, dann hört man das gern, dann nimmt man sich auch diese Zeit dafür und so weiter. Aber als Medium musst du halt schon auch irgendwie was liefern, was Relevanz hat. Und zumindest, da gibt es, glaube ich, so eine imaginäre Schwelle, da solltest du vielleicht nicht drunter. Wenn die erreicht ist, dann kann es eine schöne Ergänzung sein und ich meine, die Hoffnung und der Wunsch ist ja auch, dass du mit solchen neuen Formen, Medienformen, schon auch irgendwann Geld verdienst, also nicht nur irgendwann, sondern bald einmal, weil es in Wahrheit genauso halt eine Arm der Marke Presse ist oder Marke Standard oder Marke Kurier, in dem sich aber manche Kunden, weil das ist ja auch interessant zu beobachten, Kunden sind ja auch sehr divers, da gibt es welche, die werden noch lange nur in Printinserate gehen oder, gut, von denen gibt es zugegebenermaßen immer weniger, aber klassisch werben und es gibt ganz viele junge, nicht junge, aber Unternehmen, die halt einfach auch ein bisschen weiterdenken oder die halt da ein bisschen kreativer sind und schon dringend nach auch neuen Plattformen suchen, wo sie ihre Produkte bewerben können. Stört dich Podcast-Werbung, wenn du selber hörst? Nein, also es kommt darauf an, ich finde, ich finde eigentlich, also ich war zuerst ein bisschen irritiert von diesem, der Host spricht die Werbung selber ein, mittlerweile mag ich das ziemlich gern, ich finde aber auch Werbung, die so, also das ist dann so eine, also Eigenwerbung finde ich, verstört mich gar nicht, also so zwischendurch, so Abo, abonnieren es doch, mach doch und so weiter. Ein bisschen schwerer tue ich mir lustigerweise, wenn Werbung mit so einem kleinen Jingle eingespielt wird, weil dann habe ich so das Gefühl, okay, das dauert jetzt uhrlang, also wenn so sagt, ich glaube der Falter hat das mit diesem, jetzt kommt die Werbung oder so, das ist charmant, weil das diese Frauenstimme macht und so, aber es ist jedes Mal so, dass ich mir denke, hm, muss das sein, aber es gibt ja auch diesen Button, dass du weiterdrücken kannst. Also ich verstehe, ich kann nachvollziehen, dass es manche Leute irritiert, andererseits, wenn ich Radio höre, also richtig live Radio höre, habe ich ja auch Werbung, ja, außer es ist Ö1, aber. Und das finde ich total lustig, weil zum Beispiel, ich bin ja total bei dir, ich finde ja Podcast-Werbung schaut mich gar nicht, weil davor habe ich auch ein Verständnis dafür, dass das ja irgendwer auch irgendwie zahlen muss, ja, und vor allem das Eingesprochene finde ich ja wieder witzig, wenn sie Leute gut machen und das muss auch nicht profihaft sein, finde ich. Ja, das witzig ist, man merkt sich total, also ich kann mich erinnern, weil da ganz offen die Kolleginnen und Kollegen von ganz offen gesagt, die ja, glaube ich, die ersten Mal in Österreich mit ihrem Podcast, haben das, glaube ich, haben auch relativ bald dann mit diesen eingesprochenen Werbungsbeiträgen begonnen und ich kann mich, also noch heute zumindest an zwei oder drei Kunden, kann ich mich echt erinnern, also das war, eins ist besonders lustig, weil es der Kreditschutzverband, kann ich mich genau erinnern, wie die Julia Ordner oder die Eva Weisenberger, weil sie jetzt nicht mehr das eingesprochen haben, das Fium, das Forum für Journalismus und Medien und Mazda. Und das ist witzig, das würde ich doch keine Werbung im Radio, würde ich mir merken. Ich meine, natürlich, weil es auch mehr gibt und wenn man es ständig hört, aber. Ich glaube, gerade für Unternehmen ist Werbung im Podcast, es machen noch nicht viele, also ich muss dazu sagen, ich habe mich massiv jetzt mit beschäftigt, auch wegen einer anderen, aber es ist halt auch am wirkungsvollsten, eben so wie du sagst, man merkt sich einfach die Sachen, die eingesprochen werden, weil es eben anders ist als die normale Werbung, erstens, und zweitens, für Unternehmen ist es deswegen spannend, weil sie ihre Zielgruppe halt extrem, also so genau erreichen, wie es sonst mit gar nichts. Glaube ich auch. Und, also, ich habe das in einem anderen Podcast jetzt gehört, wo ein anderer Podcaster darüber gesprochen hat, natürlich, wenn du als Podcaster Werbung machst, ist es gleich wieder anders, Medien, im Gegensatz zu anderen Podcasts, natürlich suchst du auch Sachen, die zu dir passen. Auch wenn sie jetzt komplett schräg sind, aus irgendeinem Grund, also, AWFNR hat eine Zeit lang Podcast-Werbung gemacht für Pedicure-Sallons in der Nähe, was auch immer, total unterschiedlich, aber, ja, aber ich glaube, da müssen die Marketing-Abteilungen der Firmen, ich glaube, da muss noch ein Umdenkungsprozess sein. Glaube ich jetzt sein. Und ich sage jetzt auch, jetzt spiele ich den Advocatus Diablos, ich sage jetzt auch, wir wissen auch nicht, was wirklich da rauskommt. Kann genauso gut sein, dass sich das wirklich als Rohrkrepierer entbuckt, kein Mensch da reinbucht, niemand Geld verdient mit Podcasts und vor allem, das Wording sozusagen stimmt von manchen, die sagen, Podcasts sind nur was für Medienunternehmen, die nie auf Bewegtbild gesetzt haben, weil natürlich es im Vergleich viel günstiger ist, du brauchst keine großen Kameras, kein Studio, kein großes und so weiter. Also, es kann schon sein. Ich glaube nur, und deswegen glaube ich auch so an dieses Produkt, an diese Art von Journalismus oder von Content-Producing, wie es ganz furchtbar heißt im Sprech. Ich glaube, dass dieses Audio, also Hören, wird uns bleiben. Da bin ich ganz, ganz sicher. Es ist auch witzig zu beobachten, dass zum Beispiel diese Videogeschichten, die Zeit lang haben alle Medienvideos untertitelt, damit man es auch in der U-Bahn anschauen kann. Ich habe das Gefühl, diese Videogeschichte ist total zurückgegangen. Es gibt zwei, drei Medienhäuser, die haben sich einen TV-Sender dazu gemacht, wie OE24 oder gekauft, wie der Kurier, haben zwischendurch aber dann auch das Gefühl vermittelt, vor allem Kurier-TV oder Schau-TV, dass das auch sozusagen in der Qualität, wie sie es gern hätten, nicht auf Dauer produzierbar ist und das ein bisschen reduziert. Und dann gibt es die anderen, die einfach feststellen, wir machen kein Fernsehen und kein Bewegtbild, weil es kostet viel Geld. Wohingegen Audio, auch aufgrund all dieser Tools, die es schon gibt, wie Alexa und Siri und wie sie alle heißen, dass der Mensch sozusagen mit dem Ohr und seiner eigenen Sprache mehr tut und agiert, das, glaube ich, geht sobald nicht weg. Man sieht man ja auch an diesen gesprochenen WhatsApp-Nachrichten. Also es geht, also diese Tendenz, dass du das auch nützt, dein Mundwerk nützt, anstatt zu tippen, weil du im Auto fast unterwegs bist und so weiter. Ich glaube, das bleibt uns erhalten und deswegen glaube ich, dass diese Audioformen, egal in welcher Spielart, uns auch erhalten bleiben werden. Weil sie auch natürlich praktisch sind. Natürlich gibt es Menschen, die damit nichts anfangen können, weil sie in ihrem Alltag keine, nicht so Leerzeiten haben oder so Dinge haben. Also wenn jemand nie Auto fährt, weil er neben der Arbeit wohnt, also nie Auto fährt, nie U-Bahn fährt, nie Straßenbahn fährt, weil ja jemand nicht, ich habe ohnehin jemandem gesagt, der mich gefragt hat, wann hörst du den Podcast? Und dann habe ich halt die üblichen Sachen gesagt. Aber ich habe auch gesagt, beim Putzen, und die Person hat darauf gesagt, ich putze nicht. Und wir haben gesagt, gut, naja, dann ist halt dann das nicht da. Also es ist schön für dich, dass du das nicht machst. Und so, also ja. Und natürlich gibt es andere, die wollen lieber lesen in der Zeit, das verstehe ich auch, oder eben doch klassisch Fernsehen. Aber Fernsehen musst halt echt, musst halt hinschauen. Ja, ja. Also, ich finde das schon, es hat viele Vorteile. Ich meine, ich finde, wenn man auch ein bisschen in den angemeldetischen Raum schaut, wenn das ja Podcast schon lang passt hin, die, und wo die Leute auch einfach das konsumieren, ich glaube, in Amerika würde sich doch kein Mensch Radio anhören. Ja, weiß ich gar nicht. Wobei, da war das Radio nie so stark. Also es war schon stark, dass das normale, so Hitradio, aber so das Gesprochene, so wie BBC, ist ja in Amerika irgendwie mit dem Publikum. Aber ich glaube, es wird sich jetzt keiner im Auto das Autoradio auftreten. Und ich glaube, also das, glaube ich, ist vorbei. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das wirklich so ist, aber wahrscheinlich nicht. Ich war in New York vielleicht letztes Jahr und da habe ich ein Leihauto gehabt, also die hatten zwar ein Autoradio drinnen, aber du konntest nur mal Satellitenradio damit empfangen, wo das halt einfach eigentlich, das ist halt genau das Gleiche, also wie Podcasts. Und ja, ich glaube schon, ich glaube schon, dass, und das ist meine Frage an dich, glaubst du, ist die österreichische Podcast-Serie noch wahnsinnig unterentwickelt? Ja, also ich meine, unterentwickelt sie, glaube ich, nicht. Wir haben schon viele gute Sachen und interessante Sachen, aber was man bei uns merkt, ist noch als Gehen noch kaum, also drei Dinge. Erstens merkt man, der ORF ist noch nicht im Spiel drinnen, weil er noch nicht darf. Das ist sehr schade, weil natürlich wäre jemand wie der ORF ein starker Treiber auch für diesen Bereich. Und ich freue mich auf den Tag, wo das im Gesetz erlaubt sein wird, dass der ORF auch Dinge produzieren darf, die er nicht vorher ausstrahlen muss, weil das ist ja der Grund. Oder auch, also das könnte man natürlich, sie versuchen es ja immer wieder mal mit kleinen Ideen, das hatten sie erst, glaube ich, im November, Dezember wieder einen Podcast, der war so ein bisschen, aber eher mehr so in Hörspiel-Richtung. Also ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel drinnen, wenn die mal dabei sind und da aufspringen. Wobei auch die Frage ist, ob sie das überhaupt wollen, weil natürlich, selbst gerade gesagt, wer hört noch Radio? Natürlich weißt du als Fernseh- und aber auch radioproduzierendes Medium oder Medienunternehmen noch viel mehr, dass du dich selbst kanibalisierst. Das heißt, du musst dir überlegen, will ich lieber den klassischen? Egal. Und das Zweite ist, ich finde es interessant, dass wir noch kaum so lustige oder originelle Podcasts haben. Wir sind sehr News, Nachrichten, Gesprächsorientiert. Und dann gibt es halt ein paar so Menschen hier, aber es gehört irgendwie, die, ich weiß nicht, kann das stimmen? Daria, Daria, Thomas Breziner und Michael Buchinger, also die drei, die so bekannt sind in diesem Bereich, haben jetzt einen neuen, aber die haben jetzt einen gemeinsamen Podcast. Also nein, das ist die Jana Klar, Michi Buchinger und Thomas Breziner. Ach so, nicht die Daria, okay, verstehe. Also man sieht, es gibt da schon auch Bereiche oder Leute, die sich Podcasts zulegen, die vielleicht jetzt in meinem Lebensalltag eher nicht so viel Platz haben und ich nicht so viel höre. Wir haben noch kaum Prominente, also jetzt nämlich nicht so Prominente wie der Michael Buchinger, der durch diese Art von YouTubing und so weiter bekannt wurde, sondern, weiß ich auch immer, Schauspieler oder sonst wie, Skifahrer, Schriftsteller, irgendwas. Das wird noch spannend, ob da noch was kommt. Weil du vorher gerade gemeint hast, der ORF darf ja noch nicht, wie, es gibt ja prinzipiell oder vielleicht gibt es das auch nicht oder wie siehst du das, dieses Spannungsfeld, große Medienhäuser oder auch dann vielleicht irgendwann einmal in Zukunft der ORF im Gegensatz zu kleineren Podcasts wie uns zum Beispiel oder viele andere Kolleginnen und Kollegen von Lunch Stories zum Beispiel. Es gibt ja, weiß nicht, eine Million kleinere Podcasts in Österreich, die dann auch qualitativ gut sind. Da will ich uns jetzt nicht ausnehmen. dass es die dann vielleicht schwerer haben, mit ihrem Content durchzukommen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, man kann das total kurz zusammenfassen, was die Vor- und Nachteile sind. Davor, also machen wir zuerst vielleicht das klassische Medium, da habe ich schon viel dazu gesagt. Also schwierig ist es, als klassisches Medium etwas Neues zu starten, was dazu passt und sozusagen die Urform eines Podcasts, wie man sie vielleicht versteht oder gut findet, ein bisschen adaptieren muss und einfach sehr stark mit der Marke. Und überhaupt, das ist halt auch ein längerer Prozess, bis das alles durchgeht. Das ist dafür Vorteil, bis du dann, wenn du es raushaust, Vertrieb und so weiter, natürlich kannst du deine eigenen Kanäle nutzen und hast natürlich auch mit dem Markennamen also ein bisschen leichter anzukommen irgendwie beim Hörer, Hörerin. Und dritter Punkt, als Produzent so eine Sache ist natürlich auch nicht so eine Geldfrage. Ob du jetzt, wir haben vorher noch im Off-Bereich ein bisschen drüber geplaudert, das ist dann sozusagen, ob man das Mikro kauft oder das, ist natürlich, wenn man es aus seiner eigenen Tasche bezahlt, eine andere Frage, als wenn man es als Unternehmen auch ein Unternehmen, das sparen muss, wie die Presse, muss ich dazu sagen. Aber trotzdem kann man dann sozusagen ein bisschen leichter und freier agieren. Umgekehrt ist jetzt sozusagen das Independent Podcast Team, wie ihr es seid, hat den Vorteil all dieser Freiheiten, kann sozusagen tun und lassen, was es möchte. Der Nachteil ist, ihr habt nicht so die Möglichkeit, es fehlen euch diese Kanäle und ihr seid finanziell abhängiger oder finanziell weniger flexibler. Das ist ja sehr schnell zusammengefasst. Toll ist natürlich, wenn das irgendwie zusammengeht oder wenn das dann das eine aufgeht, wobei ich auch glaube, dass man sich dann sozusagen größer machen wird, man sich natürlich auch aufpassen muss, dass man sich nicht so sehr verbiegt oder so starr wird. Es ist schon interessant, obwohl, nein, ich wollte sagen, es ist interessant, in welche Richtungen man sich entwickelt. Wobei es für uns, also ich finde es schon spannend, Inspirierung durch andere zu finden und sagen, okay, das ist ein Thema, dem ich überhaupt noch nie nachgedacht habe eigentlich oder so. Total spannend. Also, etwas, was du vorher gesagt hast, das muss ich jetzt kurz auslassen, das muss ich jetzt unsere Plattform benutzen, um mich kurz aufzuregen. Ist das Ö3-Format-Podcast, keine Ahnung, wie es heißt. Die Radiosendung. Podcast. Das kenne ich noch gar nicht. Das ist, glaube ich, Montagnachmittag. Das ist relativ neu. Ja, das ist im neuen Sendungskonzept drinnen. Und sie haben das Wort Podcast drinnen. Aber es geht nicht zum Podcast, oder was? Und es ist eine Nachmittagssendung. Und da denkt man, entweder hat das jemand nicht verstanden, diese Geschichte, aber es nervt. Weil ich finde, man kann dann so Infusionärme zu dem Wort herumwerfen und das nervt mich total. Verstehe ich. Man denkt, es ist einfach ein anderes Format, Freunde. Podcast ist nicht Radio. Danke. Entschuldigung, das war kurz im Aus-S-Kurs. Aber ich habe auch die zweite Frage für dich. Die zweite große Frage, wie Sie sie nennen. Nämlich, was sind Menschen und oder Ereignisse, die ich geprägt habe? Ja, also ich glaube mal zuerst haben mich auf jeden Fall meine Eltern geprägt. Das ist irgendwie klar, ich bin Einzelkind und aufgewachsen als Tochter von zwei berufstätigen Eltern, wovon meine Mutter vor allem ganz, ganz stark dazu beigetragen hat, dass ich bin, wo ich bin. Weil meine Mutter hat auch in einem Medienunternehmen gearbeitet, heute ist sie schon in Pension. Aber für Trend und Profil seit den 70er Jahren zwar nicht auf der schreibenden Seite, sondern in Marketing und Abo-Verwaltung gearbeitet. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit Magazinen. Daher kommt auch dieser Magazin Junkiness. Das ist nicht ganz nur einfach so da gewesen. Und Lesen und Bücher und Literatur und sich sozusagen mit, und auch Fernsehen, ehrlicherweise, wir haben immer zum 19.30 Uhr zur Haupt-Zipp-Abend gegessen zum Beispiel. Das war schon alles sehr prägend. Und das Zweite war, und mein Vater, mit dem ich durchaus auch immer wieder heftig diskutiere und er, glaube ich, auch nicht immer alles super findet, was ich mache, aber, glaube ich, schon sehr stolz ist overall auf seine Tochter. Aber der hat sehr früh und immer wieder mir vermittelt, was ihm sehr wichtig ist, dass er mir mitgibt, nämlich Selbstvertrauen. Und das haben sie schon beide sehr gut gemacht. Also ich glaube, sie haben mich nicht verwöhnt, also nicht übermäßig verwöhnt. Ich habe nicht immer alles gekriegt, was ich wollte und so. Und ich war jetzt nicht total gepampelt, irgendwie so die Prinzessin auf der Erbsen. Sie waren einfach da, haben mich unterstützt, haben mir zugehört, haben mir gesagt, du machst das gut und haben auch vermittelt, dass ihnen das wichtig ist, dass ich Selbstvertrauen entwickle. Das war also sehr wichtig. Das Zweite, was mich sehr geprägt hat, war, es klingt immer so lächerlich, wenn man darauf anfängt zu erzählen, vom Fährenlager, aber ich war in meiner Jugend, eigentlich meine gesamten Zehnerjahre von 10 bis 18, 19, immer im Sommer in einem Fährenlager namens Fährenhort am Wolfgangsee. Das ist so ein schön brunnergelbes Schlösschen, das es seit über 120 Jahren gibt, wo sich ein Verein vor vielen, vielen Jahren überlegt hat, vor allem Wiener Stadtkindern, die nicht so begütert sind, einen Sommermöglichkeit, Sommeraufenthalt zu ermöglichen. Heute ist es einfach, wie gesagt, wie so ein großes Jungscherlager mit ein bisschen einem anderen Schwerpunkt. Man schläft in diesem schön brunnergelben Schlösschen, das mittlerweile unter dem Jahr eine HBLA für irgendwie Kochberufe oder so ist. Das heißt, das ist auch alles relativ groß ausgestaltet. Es gibt einen riesen Festsaal, also das ist so ein Turnsaal und man hat einfach den ganzen Tag Sportprogramm, aber der große Fokus liegt auf Wassersport und zwar deswegen, weil die in ihrem Eigentum alte K- und K-Marine-Kutter besitzen. Ich glaube mittlerweile sind es zwölf oder so, wovon der Großteil dieser Boote nicht nur zum Rudern ist, sondern auch zum Segeln. Und da gibt es dann sozusagen eine Unit, wenn du dich dafür interessierst, kannst du dort eigentlich, also da gibt es dann wirklich sozusagen eingeteilt, du hast jeden Tag eine Rudereinheit und jeden Tag eine Segeleinheit, kannst auch den Segelagern machen und so weiter. Und es ist eine sehr mannschaftssportorientierte Geschichte. Also diese Boote heißen Alfred und Hans oder Seefalke, Tiger und so. Und wenn du das mehr vertiefen möchtest, kannst du sozusagen Prüfungen machen und dich als einer von den Steuermenschen oder Kommandanten ausbilden lassen. Und das alles dauert, also vier Wochen ist sozusagen die Hauptlänge von diesem Camp, ist schon relativ lang. Und wenn man dann noch diese Kurse dazu macht, ist es bis zu sechs Wochen. Also ich habe da teilweise vier bis sechs, sieben Wochen zum Schluss sogar meine Sommer verbracht, sehr, sehr viel gelernt, was Teamwork anbelangt, aber auch führen, weil ich war dann auch zum Schluss so eine Steuerfrau und dann eine Kommandantin und habe das sehr, sehr gemocht und ich habe wirklich viele Leute, viele coole, liebe, nette Freunde getroffen und kennengelernt und das hat mich sehr geprägt. Also ich habe heute noch Phasen, wo ich mehr von diesen Sommern, wo ich davon träume und so weiter. Ich bin zwar bis heute sehr gerne an den Wolfgang gesehen, mittlerweile privat, komme dann immer kurz mal besuchen, die Campleute, weil mittlerweile kenne ich natürlich kaum mehr jemanden. Das ist also ein wichtiges Ereignis oder würde ich jetzt unter Ereignis für ein lang gedehntes. Geprägt haben mich auch viele Freunde, die mich so begleitet haben in den letzten, vor allem in dem letzten Jahrzehnt. Geprägt hat mich natürlich die Arbeit bei der Presse, auch natürlich nicht nur mein Chef, der Rainer Nowak, der schon, der mein erster Chef war, wie ich bei der Presse begonnen habe, also er war damals Ressortleiter der Chronik. Du hast jetzt erzählt, also vom Wolfgang gesehen, vom Segeln und Team und so, und dann bist du in einen Bereich in die Arbeitswelt gegangen, wo es halt schon um Ego geht, glaube ich. Also ich hatte ja sehr Respekt vor dieser Medienbranche, weil es geht schon um Ellbogen, Ego und... Ja, wobei ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Presse hat irgendwie so ein ganz... Also natürlich ist das die Innensicht und die Sicht von Kolleginnen aus der Innensicht. Also ich glaube, wir tun uns auch ganz gern gegenseitig auf die Schulter klopfen, aber wir haben wirklich ein ziemlich gutes Klima und wir verstehen uns gut. Natürlich gibt es mühsame Zeiten und man ist irgendwie ein bisschen angespannter und wir haben auch wirklich... Wir machen viel, wir haben sehr oft sparen müssen. Wir haben eine Sonntagszeitung 2009 eingeführt unter der Prämisse, also quasi, wenn ihr das jetzt macht, zusätzlich dazu, dann wird nicht gekürzt, also da waren keine Stellen gestrichen. Und so kam also im Laufe der Jahre immer noch was, noch was, noch was, noch was drauf. Wir haben diese Premium-Geschichte eingeführt, also sprich, es gibt seit 2017, also jetzt fast drei Jahre, eine Art Paywall in der Presse. Auch dafür gab es dann sozusagen neue Abläufe in der Zeitung und man musste mehr tun. Also all das war schon irgendwie immer sehr fordernd. Aber wir haben, I don't know why, aber wir haben wirklich ein gutes Klima und diese Egomanien sind bei uns, glaube ich, wirklich im Vergleich zur anderen relativ gering ausgeprägt. Ich habe es, glaube ich, auch weniger bezogen als auf ein Team und die Presse als ein Unternehmen, sondern überhaupt diese Medienwelt im Ganzen. Ja, das stimmt, ja. In Konkurrenz mit anderen. Aber da muss man, glaube ich, einfach cool bleiben. Und ich meine, ich habe das gerade auch im Medienbereich, Schreiben über andere, sehr stark gemerkt, wie schnell sich Menschen auf den Schlips getreten fühlen, wie schnell Menschen dann auch... Also ich meine, das ist halt die Aufgabe eines Medienjournalisten, über die anderen Medien zu schreiben und auch die problematischen Dinge, die sich dort tun. Und wir sind ja nicht auf der CPR-Unit für, weiß ich nicht, den Standard oder sonst irgendjemanden. Das ist schon oft sehr heikel gewesen, aber da muss man, glaube ich, einfach sich wieder auch relativieren und sagen, ja gut, das ist so, das ist für die nicht leicht, für niemanden leicht, irgendwie plötzlich Berichterstattungsobjekt zu sein oder Subjekt eigentlich. Aber das ist mein Job und Aus, ja. Also das... Aber es stimmt natürlich, diese Eitelkeiten sind schon stärker geprägt. Wobei, ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also vielleicht bin ich da ein bisschen... Man muss damit umgehen. Man muss damit umgehen. Man muss auch mal drüber stehen. Ja, ich glaube. Natürlich ist es... Nämlich die Eitelkeit ist vor allem ja deswegen da, weil da ständig dieses... Weil du dich... Gerade im Fernsehen auch vor allem. Weil du halt ständig da in dieses Außen trittst und ständig irgendwie mit anderen Menschen zu tun hast oder was von dir hergibst, ja. Und dadurch entsteht natürlich irgendwie automatisch so ein gewisses Neuerhaus. Ich meine, ich gebe ja was her und ich bin ja sichtbar und so. Man steht ja auch ständig eigentlich unter Beobachtung und wird beurteilt. Nicht nur nämlich von Kollegen und Kolleginnen, sondern auch von den Lesern und Leserinnen. Ja, genau. Also, dass man da wahrscheinlich eine etwas dickere Haut braucht, die dann wahrscheinlich auch dazu führt, dass du vielleicht auch so eine Art Schutzschild aufbaust. Dann bist du halt... Das, glaube ich, ist ein zweischneidiges Schwert. Und dieses Schutzschild, glaube ich, baut man sich im Laufe der Jahre auf. Und man kann sich ja auch immer selber entscheiden, wie weit man hinausgeht. Ich finde, es gibt da so viele unterschiedliche Zugänge auch von Menschen. Es gibt ja, aber man glaubt es kaum, Journalisten, die nicht auf Twitter sind oder auf Instagram und die sich nicht diese Fights liefern. Und die einfach ihre Arbeit... Also es gibt sogar, glaube ich, die Mehrheit unserer Journalisten sind Menschen, die ihre Arbeit machen, gute Geschichten, schreiben wollen und nach Hause gehen am Abend und nicht irgendwo auf Bühnen stehen. Also ja, und das vergisst man immer wieder natürlich. Und da gibt es die anderen, sagen wir mal 20, 25 Prozent, die das machen, weil es halt aber auch jedes Medienunternehmen, finde ich, braucht. Also, das ist jetzt ein ganz neues Thema, das aufgeben, aber man kann sich natürlich immer fragen, was muss das sein? Aber ja, ich finde schon. Es braucht eine gewisse Gruppe einer Zeitung oder einer Marke, die nach außen geht, um diese Marke auch für die ein Gesicht zu liefern. Ja. Und nämlich auch, und das du es vorher so gesagt hast, auch die Tonalität nach außen zu sein. Genau. Und auch natürlich sich die Watschen abzuholen. Das ist natürlich manchmal auch nicht leicht und nicht leiwand, wenn man dann irgendwie für viele andere im Haus oder auch an sich für Dinge, die man so und so macht, einzustehen. Aber das muss man halt dann irgendwie aushalten, finde ich. Und ich bewundere Leute, das kann ich an der Stelle sagen, weil du gesagt hast, Schutzschild, dass ich glaube, also ich brauche jemanden, ich brauche dieses Schutzschild mir schon noch erst langsam zusammenzimmern oder aufbauen müssen. Darum finde ich Menschen wie Nicole Schöndorfer oder andere, egal wie man jetzt zu ihren Inhalten steht, echt bewundernswert, weil ich hätte das in dem Alter nicht gemacht, glaube ich. Und ohne ein Medienhaus im Hintergrund. Ich meine, das ist wieder die alte Debatte, das ist ein bisschen Henne und Ei umgedreht. Vielleicht ist es leichter, wenn man kein Medienunternehmen im Rücken hat, weil man dann einfach für sich selbst kämpft und spricht. Und ich hätte mir immer schwergetan, in der Tonalität so mich zu wehren und auch wirklich teilweise sehr auszuteilen in alle Richtungen. Das ist genau der Punkt, also was in einem Unternehmen, das letztlich dein Gehalt zahlt und dem du viel zu verdanken hast an dieser Plattform. Da finde ich es schon, die Professionalität gehört dazu, dass du das eben nicht total ausreizt. Und es ist witzig, es macht dich ökonomisch freier, weil du ein fixes Einkommen hast, aber es macht dich eigentlich inhaltlich und weniger frei, weil du natürlich immer bedenken musst, für wen du da arbeitest und für wen du auftrittst. Ich kann mich jetzt hier nicht zu euch setzen und über alle möglichen Menschen abkotzen. Weil dann würde ich wahrscheinlich auch spätestens, wenn ihr das online stellt, würde ich wahrscheinlich meinen letzten Arbeitstag gehabt haben. Das soll ich nicht. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe diese Energie nicht in mir, dass ich das jetzt unbedingt machen möchte. Ja, nein, ich meine, es ist ja viel Thema, wie sich Menschen in Social Media darstellen und wie laut man ist und so. Und dass das alles so neu und so ein Ding ist, das finde ich eigentlich ganz so, weil ich meine, es gab immer schon eine Form von Dorfbrunnen, in welcher Form auch immer. Ja, das stimmt, sicher. Und ich bewundere Leute, die alle immer in ihrer Meinung offen und ehrlich sagen, weil ich glaube, auch wenn du jetzt als Privatbesonderes sagst, weil du halt dich immer angreifbar machst. Ja, klar. Und es bleibt vor allem in vielen Bereichen einfach auch immer da. Und du kannst es googeln, suchen, nachschauen. Glaubst du, das ist ja so ein Thema ein bisschen, finde ich, dass dadurch, dass ein Medium zu sein, ja eigentlich relativ einfach ist derzeit. Du kannst am Mikrofon hinstellen, das aufnehmen und fertig. Du kannst deine Meinung irgendwo hinschreiben, wie auch immer. Glaubst du, dass das die Medien tatsächlich nachhaltig verändern wird? Nein, ich glaube, das, was jetzt die Podcasts sind, ist natürlich ein bisschen so, wie die Blogs früher waren. Nur, dass der Unterschied ist, dass es leichter ist, was anzuhören, als was zu lesen. Ich glaube, es verändert die Branche insgesamt in dem Sinn, dass man sich eben inspirieren lässt, dass man sieht, aha, manche machen so und so und so. Dass sie teilweise Vorreiter auch sind in gewissen Sachen. Aber dass sie wirklich richtig verändern, tun sie nicht, die Medienbranche, glaube ich nicht. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage zu meiner großen Frage. Und zwar, hören Sie sich deine Eltern alte Podcasts an und geben Sie dann Feedback dazu? Das passt zum Punkt, unterstützen und supporten, ja. Allerdings ist es zugegebenermaßen die Generation, die ich erst einmal erklären musste, wo man das anhören kann. Und habe es meinem Vater dann auf seinem Handy gezeigt und eingerichtet. Bis jetzt habe ich jetzt noch nicht so ein in-to-deep Feedback bekommen, aber vor allem am Anfang haben sie sich jede Folge angehört. Und mein Vater ist aber dann, mein Vater ist ein sehr direkter Mensch und hat dann auch gesagt, ja, das sind, also zum Beispiel die Anna-Talheimer-Folge, das hat mich nicht so interessiert, ja. Also das hört sich dann nicht so an, ja. Aber sie verfolgen eigentlich schon sehr genau, was ich mache. Ich glaube, es ist das Einzelkind-Schicksal. Aber du hast eine nächste große Frage für dich. Die ist ja wieder eine Riesenfrage. Und zwar, worauf bist du stolz? Also für mich ist es eine schwere Frage. Ich glaube, ich weiß schon sehr genau, was ich kann und was ich tue und was ich gemacht habe, aber ich tue mir echt ein bisschen schwer, mich selbst zu loben oder so zu Dingen zu stehen oder zu sagen, das habe ich echt gut gemacht. Ich tue mir eh sehr schwer mit der Frage, worauf ich stolz bin. Deswegen sage ich lieber, worüber ich froh bin. Eine Eigenschaft von mir ist, dass ich, ich mag meine gesunde Neugier und mein gesundes Interesse für Dinge. Und das hat mich in meinem Leben schon relativ oft, manchmal auch schräge, aber vor allem neue Situationen gebracht. Also ich rede jetzt einerseits von Dingen eben, was ich vorher erzählt habe, in meinem Lebenslauf auf so längere Reisen in die USA, sehr viele journalistische Programme, für die ich mich eine Zeit lang eben beworben habe. Ich war irgendwie in Portland bei so einem Storytelling-Kurs und danach in New York beim Wall Street Journal. Das waren alles auch Dinge, die aufgrund meiner Neugier und Offenheit entstanden sind, die mich sehr geprägt haben. Also diese Ausflüge sind zwar kurz, also ich sage immer, ich bereue ein bisschen, dass ich nie länger im Ausland gelebt habe, aber ich habe so ein paar, auch schon in meinem Studium, immer so ein paar so Ausflüge gemacht, die mir sehr wichtig sind. Aber ich meine jetzt auch nicht nur das Berufliche, sondern ich meine auch das Private. Also ich habe sehr gern so Menschen kennenlernen und dann, oder wohin gehen und eigentlich nicht genau wissen, was mich erwartet und sich das anschauen oder auch eben so ein bisschen jemanden anstupsen, so wie euch. Und jetzt sitze ich da und rede mit euch. Also das macht mich sehr froh und darauf bist du stolz. Das ist ein falscher Begriff, aber ist etwas, was ich wirklich gerne an mir habe, weil ich, also manchmal nervt es auch, gebe ich zu, weil du dich damit natürlich immer wieder überforderst, vor allem zeitlich. Und du kommst halt dann in den Strudeln und denkst, ah, das noch und das noch, aha, das will ich auch noch. Was mir sehr schwerfällt, ist Fokus. In vielen Dingen, das merkt man, in vielen, vielen Sachen. Auch manchmal im Antworten von Fragen. Deswegen beende ich jetzt die Antwort, weil ich komme wieder vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ich finde es so schade und so witzig zugleich, dass diese Frage, worauf bist du stolz, das ist immer die meisten für alle. Ich glaube, weil es einfach deine Eitelkeit ganz stark anspricht, wenn man es wirklich ehrlich, wenn man ehrlich zu sich und dem gegenüber ist, ist es eigentlich eine ganz einfache Frage, weil jeder hat wahrscheinlich irgendwas, worauf er stolz ist, aber irgendwie tut man sich dann ein bisschen schwer, was soll ich jetzt sagen und ich weiß nicht. Das ist auch eine Frage, da denkt man normalerweise nicht so drüber nach, also man setzt sich hin und sagt, worauf bin ich jetzt stolz? Also man vielleicht zwischendurch im Alltag, wenn man irgendwas fertig geschafft hat in der Arbeit oder so, dann denkst du, ja super. Ja genau, das findet man dann aber fast ein bisschen banal, sowas zu sagen. Ich habe die letzte Frage in diesem langen Teil, was bringt dich zum Lachen? Zum Lachen bringt mich Situationskomik, Freunde, die, also ich mag sehr gern so Insiderwitze, wenn man was erwähnt, wo nur zwei Menschen wissen, warum man jetzt lacht. Und zum Lachen bringt mich auch manchmal zwar auch gegen meinen Willen, weil ich so ein grumpy Morgenmensch bin oder so, mein Freund, der Axel, der eine Gabe hat, zu jeder Tages- und Nachtszeit verrückt, verrückte Dinge zu tun in der Küche und zu tanzen und irgendwie rumzuwirbeln und ich bin eher nicht so. Also ich bin eher so mehr der, ja wie gesagt, vor allem der früh grumpy Typ. Ich kann mich aber meistens nicht so ganz dagegen wehren, dass ich dann nicht doch lache am Ende. Ganz gut, wie selbst lachen? Ja, 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 nein. Kommt drauf an, in welcher Stimmung ich bin. Ja, ich bin jetzt nicht jemand, der nie über sich selbst lacht, aber manchmal finde ich es auch blöd, wenn jemand anderer zum Beispiel anfängt, über mich zu lachen, dann will ich manchmal nicht mitlachen. Ja, das ist sehr schön. Was ist so dein Comedy-Tipp? Oder dein Go-To-Comedy-Podcast? Ja, damit man das immer kann. Nein, ich gebe zu, da bin ich in dem Bereich Comedy-Podcast, bin ich nicht so, das habe ich irgendwie, ich habe früh begonnen, also geliebt, weil ich vorher FM4 gesagt habe, Stermann und Grissimann, Salon und Helga. Ich schaue heute noch ganz gern die beiden bei Willkommen in Österreich, obwohl ich finde, dass es langsam irgendwie ein bisschen sich totläuft, aber ich bin sonst in Sachen Comedy wirklich ganz, ganz, das ist wirklich, also eine der wenigen Dinge, die ich ein bisschen auslasse, so im großen Spektrum von Medien-Dingen. Ich gehe, ich brauche nicht unbedingt so was zum Lachen. Da reden wir nach immer. Wir sind am Ende angelangt, wie jede Woche, sind wir auch heute zu einem Ende gekommen. Wir haben vorher, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, dass die Annas immer die längsten Folgen sind. Ich glaube, das hat sich, wie schauen wir aus? Ich kann es auch nicht sagen, weil es steht immer nur Takte und keine, aber wir werden nachdem ich eine der Annas, die ihr hattet, kenne, die Anna Vetter, die ich jetzt grüße und hört hoffentlich zu. Aber wir kommen jetzt zu unseren Abschlussfragen, weil wir haben jetzt eh schon eigentlich sehr spezifische Themen abgedeckt und auch relativ viele Themen abgedeckt, aber gibt es etwas, was du sonst noch gerne an die Hörerinnen und Hörer weitergeben willst? Ich nutze es schamlos aus, mache nochmal Werbung für 1848, die Presse, der Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt. Nie länger als 18 Minuten, außer die aktuelle Folge. Das weiß ich jetzt gerade, weil ich gerade vorher erfahren habe, dass die im Schnitt doch ein bisschen länger wird, weil es so lustig war oder so spannend war. Nämlich Anneliese Rohrer und Hans Winkel, unsere beiden Kolumnisten, diskutieren über die aktuelle türkis-grüne Bundesregierung. Ja, also das ist mir eigentlich das wichtigste Anliegen momentan, dass wir noch ein bisschen mehr Hörer bekommen, weil es gibt uns eben erst 15 Wochen lang und wir probieren da was Neues und ich freue mich, wenn ihr reingehört und uns auch Feedback gebt und uns abonniert und vielleicht auch ein paar Sternchen auf iTunes gibt oder Apple Music gibt. Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und am Blog verlinken und auf Instagram verlinken und überall, wo wir halt sonst noch was hinschreiben können, werden wir darauf hinweisen. Und auch ganz ehrlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, wahnsinnig toller Podcast, ich höre ihn wirklich gern und abgesehen von, dass du deinen Podcast bewirbst, muss ich sagen, wirklich mein Anhören echt gut gefällt mir. Freut mich und an dieser Stelle, ich habe ihn zwar schon erwähnt, aber der Georg Frehrer ist mein Partner in Crime in dieser Sache und der Rainer Nowak, unser Chefredakteur, kommt sehr oft in den Podcast vor. Also wir drei sind da, die, die das nach vorne bringen wollen und freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin. Alle Leute, die über Podcast kämpfen, sind dabei. Mir bleibt es noch, mich zu bedanken für die Zeit und für das Gespräch und die ehrlichen Themen und alles. Und ich habe es wirklich total spannend gefunden. Wir waren, ich muss sagen, wir waren diesmal ein bisschen aufgeregt. Weil wir schon gewusst haben, das ist aus der Branche, das ist irgendwie Podcaster unter sich, das ist halt schon eine eigene Geschichte. Und da waren wir schon ein bisschen so, hoffentlich werden wir denen gerecht. Aber es war total super. Dabei seid ihr ja viel länger im Geschäft als ich, also eigentlich bei ich, die, die aufgeregt war. Weil ihr seid ja die Podcast-Experten im Vergleich zu mir. Das werde ich ab jetzt in meinem Lebenslauf. Aber es war wirklich super und echt ganz toll und danke für die Zeit, für das Gespräch. Ich habe jetzt die aller, allerletzte Frage für dich und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Ich trinke meinen Kaffee meistens, also wie ich vorher schon erzählt habe, in verschiedensten Varianten zu Hause, ohne allem. Also Biolettikkanne, einfach schwarz und sonst gern Melange mit so gutem Milchschaum dazu. Aber nie mit Zucker.